Heute nehme ich euch mal mit auf den Betzenberg und zwar schnappen wir uns erstmal unser Trikot, steigen ins Auto, fahren hoch zum Berg. Wir sind dann mit dem Bus hochgefahren, ganz klassisch so wie immer vom Park & Ride Parkplatz und angekommen im Stadion, war es ein Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg. Man muss sagen, die Westkurve hat wieder brutale Stimmung geleistet, auch beim Liedersingen wieder vorm Spiel. Da bekomme ich immer Gänsehaut, wenn es Palzlied gespielt wird, wir können auch mal kurz reinhören. Auch Props muss man an die Nürnberger geben, die ihre Mannschaft brutal supportet haben. Es war eine geisteskranke erste Halbzeit, man muss sagen, es ging hin und her. 3-0 haben wir geführt, 3-1 stand zur Halbzeit, zweimal gab es noch ein VAR zurückgekommenes Tor von Nürnberg. Am Ende haben wir dann 3-1 gewonnen, ich muss sagen, ich war brutal heiser nach dem Spiel, es war dennoch ein geiles Spiel.